Die Frage ist, wie generiert man Beispieldaten in Talent? Wir werden uns diesen Job hier bauen, wo wir den Row Generator verwenden, den Fixed Input und im Zusammenhang damit auch jetzt noch die SampleRow und die MemorizeRows kennenlernen. Also gehen wir mal zu Talent und schauen uns hier den Prozess an. Der heißt SampleData im Abschnitt 12 Transformationen. Gut, jetzt werde ich zunächst mal hier unten einfach so einen Kasten drüber ziehen und da rechtsklicken machen and deactivate. Konzentrieren wir uns zunächst auf den oberen Teil. Was mache ich hier? Also ich habe dazu geschrieben Create Many Rows. Many ist natürlich relativ, aber doch eher für große Datenmengen, finde ich, ist der Row Generator geeignet, weil wir eben, das kennst du jetzt schon, ich habe den auch nur aus einer anderen Übung kopiert, hier wunderbar diese Funktionen verwenden können, um dann solche Spalten mit den entsprechenden Datentypen mit Leben zu füllen. Und jetzt habe ich hier hingeschrieben 100.000. Nicht wundern, in Java kann man so am Belebergestelle diese zum Beispiel Unterstriche als Tausendser Separator zum Beispiel reinschreiben. Das habe ich jetzt hier mal gemacht, also da werden 100.000 Rows erzeugt und die gehen an den Speicher, so ein bisschen sozusagen mit der Intention zu sagen, ja, damit möchte ich darstellen, dass man die an einer anderen Stelle weiter verarbeitet. Aber dass es mich an der Stelle vielleicht interessiert, einen Ausschnitt in der Daten zu sehen, dafür verwende ich diese SampleRow. Das heißt, die 100.000 Rows gehen hierhin weiter, aber damit ich die nicht alle auf der Konsolen anzeige oder irgendetwas anderes damit mache, um sie vielleicht zu validieren, verwende ich hier die SampleRow und sage hier in dem Feld Range, was ich da anzeigen möchte. Ja, wenn ich einzelne anzeigen möchte, hier oben sind auch Beispiele dazu, gebe ich halt so einzelne Werte an oder wenn ich eine Range anzeigen möchte, mache ich hier so zwei Punkte dazwischen. Das heißt, dass ich also hier fünf Rows auf der Konsole aus den 100.000 zur Ansicht bringe. Und das läuft einen ganz kleinen Moment, aber jetzt sehen wir halt hier die 5, die 18 und dann die 20 bis 22. Gut, jetzt deaktivieren wir mal hier den Current Subjob, aber das mal klein und aktivieren jetzt hier den ganzen unteren Teil und schauen, ob das mal an. So, zunächst mal ein Stück hoch rollen. Also hier habe ich jetzt geschrieben Create View Lows, das ist wie gesagt dann natürlich auch relativ, weil hier habe ich jetzt zum Beispiel eine genommen, die haben wir auch in anderen Beispielen schon verwendet. Die hat halt nur zwei Spalten und diese Werte hier. Ich kann auch den Inline Table verwenden und da mit Plus und so weiter der Werte hinzufügen und verändern. Oder hier den Single Table und dann dafür sagen, ich will halt mehr Rows haben, also mehrmals eine gleiche Row erzeugen. Ja, ich benutze oft gern hier den Inline Content oder wo man da halt hier alles mögliche reinpasten kann, außer irgendeinem Pfeil oder dergleichen mehr. Genau, auch hier habe ich symbolisiert, dass wir die Daten dann irgendwo anders, irgendwie anders weiterverarbeiten, indem da so ein Buffer Output jetzt dazwischen ist. Und jetzt gibt es hier die Komponente Memorize Rows, in der ich quasi zumindest einfach erstmal definieren kann, wie viele Rows ich denn mir merken möchte. Und zwar jetzt hier die erste, also in Talent spreche oder hier aber spreche die Nullte aus dem ganzen Datenstrom und welche Felder davon. Das habe ich jetzt hier gemacht. Und hier hinten ist jetzt die tjava-flex-Komponente dran, in der ich definiere im Startcode einfach eine Variable Integer vom Typ Index mit dem Wert an 0, um dann hier unten im Ende, also nach der Verarbeitung der Daten sozusagen, zu definieren, dass eine globale Variable ich haben möchte, die Country-Code heißt, und die diesen Wert hier hat, von dem Memorize Rows an der Stelle, von Index als an der Stelle 0. Und hier mache ich das gleiche für den Country-Name. Gut, und damit lege ich sozusagen den eigenen Datensatz in den Speicher. Und den Speicher lese ich hier unten wieder auf zwei Formen. Einmal nehme ich mir der Fix for Input. Da sage ich hier einfach, es sind drei Spalten. Also in Description ist, da sage ich, das ist die gemerkte Row. Und hole dann aus der Global Map den Country-Code und den Country-Name. Gebe das auf der Konsole aus. Und genauso kann ich das natürlich auch in der J-Java verwenden, dass ich einfach hier sage, printe mir etwas auf die Konsole, nämlich diesen festen String, und dann diese beiden Werte dazu aus der Global Map. Dann führen wir das mal aus, dass wir auch hier das Ergebnis sehen. Ja, dann haben wir jetzt hier, das ist der Output von, weil der die Order 1 hat, von der die Java-Komponente. Das wir da sehen, haben wir uns USA, United States gemerkt. Und hier unten haben wir das gleiche, nur eben, wir erhalten das in einer anderen Form. Und hier oben sehen wir, dass eben entsprechend vier Datensätze verarbeitet wurden. Ja, und das ist die Antwort auf die Frage, wie generiert man Beispieldaten in Thailand?